Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Ja, es ist sehr sehr lange her. Tut mir leid, dass da wieder so eine große Lücke war zwischen dieser und der letzten Folge. Ja, hatte sehr viel Arbeit und vor allen Dingen mit dem Stream auch noch währenddessen ist ein bisschen viel Arbeit gerade. Deswegen habe ich das hier jetzt ein bisschen vergessen. Was ist unser Auftrag? Ähm, genau. Hier, das da. Die Silbermine. Genau. Okay, ich schaue währenddessen nach neuen Waffen. Gibt es hier aber nicht wirklich. Also nicht wirklich gute. Ähm, ich würde es jetzt auch so machen. Mhm. Die AUG ist eigentlich auch immer gut. Ähm, ich würde es jetzt so machen, dass ich versuchen werde, so schnell wie möglich ähm, ähm, Ghost Raccoon fertig zu spielen. Es ist immer noch, wenn man das sich mal anschaut, es ist immer noch unglaublich viel zu tun. Also ich mache gerade den da. Dann gibt's noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Zehn. 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 Zehn Bosse, bevor wir zu dem Endboss kommen. Ähm, genau. Aber das ist ein ziemliches Mammutprojekt gerade. Und dementsprechend will ich versuchen, das so schnell wie möglich fertig zu kriegen. Ähm, weil es... Gerade einfach, ähm, ja. Viel Glück. Der Typ hat mir erzählt, wo wir einen Kartellkiller finden. Da haben wir wohl einen neuen Kandidaten für unsere Psycho-Operation. So. Genau, die Silbermine ist da oben. Ich würde dann, ähm... Ja, schick dann sie... Verringert die Wartezeit zwischen der Nutzel. Verstärkung. Deine anderen Rebellenunterstützung. Ja, also... Ja. Rebellenunterstützung nehme ich ja überhaupt nicht wahr. Vielleicht sollte ich das mal machen. Hm, lecker. Willhalte. Mit Speich. Leute. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Genau. Wir müssen uns ja erstmal aufwärmen, deswegen joggen wir eine Runde. Und dann geht's auch schon los. Ich dachte wirklich, dass wir, ähm, hier so querfeld einlaufen können. Ich hoffe, man hört die Kirchenglocken gerade nicht. Ähm, ich, äh... Ja, nehm' gerade sonntags auf. Und... Ne, tun's nicht. Ähm... Und dementsprechend, äh... Hör klingeln jetzt die Glocken. Glaube die Luft ist rein. Für Klopfe. Ja. Ja. Das Mausvernehmen ist ja auch so... So ein bisschen... Äh... Übertrieben. Nahgelegener Einsatznetz... Netzwerkstation. Ja. Ich hoffe, wenn wir, äh, jetzt einfach nur die Hauptquests durchrushen, also in Anführungsstrichen, ähm... Ich hoffe, dass es nicht, äh... Dass es dann nicht das schlechte Ende gibt. W... Wieso habe ich eigentlich nicht die weiteste Sicht... Warte... Einstellungen... Äh... Grafik... Aber das, äh... Das ist ja... Nicht das... Was ich... Sichtweite... Ja, ist das da... Meiste... Und das da halt... Achso, das ist das. Okay. Okay. Ne, ähm, das... Äh, das passt schon. Da sind Gegner. Ja, da oben, ne. Ja. Äh, an... 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 An sich könnte ich ja wirklich, äh... Das auf... Höherer Grafik spielen. Aber... Dann... Kann's halt zurückleinkommen. Und das... Will ich vermeiden. Lieber... Ein... Ein... Ein, zwei Sträucher weniger sehen. Ähm... Und dann eben flüssig. So, ich... Ich dachte wirklich, die ist näher. Sollte jetzt okay sein. Wir... Wir können hier rumgehen. Aufpassen, Gegner im Bereich. Hm. Wir haben einen Sicario mit MP. Drüben an der Kippe. Achso, das ist so ein Sprengding. Ja, das... Das können wir ja schnell machen. Ähm... Kommen wir da hoch. Ich bin natürlich geil. Aber ich glaube nicht. Hm... Moment. Halt, die werden dich sehen. Ähm... So... Bereit? Feuer frei. Verstanden. Ich sehe ein paar Kartell, Leute. Dicht bei der Kippe. Halt, sag... Ich will mal schauen, ob die das selbst... Äh... Aufsprengen. Ne, oder? Die können das nicht. Greife Tangos an. Hä? Wo denn? Hä? Ruhig. Wir wissen, wir sind hier. Ja, weil du irgendjemand angeschossen hast. Na gut. Granate fliegt. Nehm das! Ja, und ihr habt die ja aufgeweckt. Das Loch im Funknetz des Kartells gibt den Rebellengrund, mutiger zu werden. Stöhnen... Sehr gut, ähm... Schau... Wissen wir jetzt, dass meine Leute... Ja, okay... Wir wissen das schon lange, aber... dass meine Leute irgendwie ein bisschen gackern sind. Beziehungsweise die Programmierung, aber naja, egal. So, naja, das machen wir ja. So, wer hat das jetzt anbeendet. Wie meine Exin Spee immer sagt, im Zweifelsfall frag jemanden. Ich glaube, du hast am Satzende das Wort Arschloch vergessen. Bei meiner Ex ist das Arschloch immer inbegriffen. Scharfschütze am Tor. Scharfschütze am Tor. Am Tor oder am Turm? Bei mir kam immer Tor an. Passt auf, die haben eine Alarmsicherung. Hier ist Ziel Nummer 5. Ein Scharfschützer. Warte, waren wir hier nicht mal? Nicht unten schon? Also das da kommt mir ein bisschen bekannt vor. Hier drüben ist ein Narco. Wo hast du sie? Da, beim Truck. Ein Generator. Klemmen wir ihnen den Strom ab? Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Es gibt Alarm. Da ist noch einer. Mach 10. Feind gesichtet. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Sehr eingeschätzt, Turm. Da ist ein Tango inmitten von Zivilisten. Scharfschütze am Tor. Okay, wir müssen es schaffen, irgendwie auf so einen Turm zu kommen. Unidat, Heli. Unten bleiben. Ich sehe ein Scharfschützer. Ein Scharfschützer. Dann gibt es nur nicht viele Scharfschützer. Das schreit nach einem Scharfschützenduell. Nice. Nein, 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 nein. Aber ein Ziel. Greife an. Auf den Boden. Hubschrauber. Verdammt. Das Kartell schickt Verstärkung. Pass gut auf. Wir wissen, dass irgendwas los ist. Der Leutnant entkommt. Das ist so ein Scheiß. Der Alarm. Wer hat es versorgt? Ja, anscheinend ich, aber der Heli konnte durch die Wand und durch seinen eigenen Boden sehen. Ja, dann mach halt neu. Ja, ist mir doch egal. Mann. Was für ein Kack. Tut mir leid, aber das war echt sowas von unnötig. Manchmal sehen sie einen überhaupt nicht. Wo man denkt, so, ja, an sich würden die mich jetzt sehen. Und, aber zu 80% oder so ist es so, dass die einen so schnell sehen. Okay, wenigstens sind wir nicht ganz so weit entfernt. Weil wir dürfen halt ja wieder komplett alles markieren und dechaffirieren und analysieren, defektieren. Und so weiter. Ich sehe ein Scharfschützen. Das Problem ist, was hat das? Hat es geknallt? Ne, oder? Ne. So, das Problem ist, wenn ich von hier dener zum Beispiel töte, dann zieht es einer von da oben. Also ich würde von hier maximal... Es gibt Alarm. Den Alarm ausschalten. Drohne fliegt. Warte, äh, ich sehe ich. Ich mache hier schon mal so viel, wie ich sehen kann. Zielgesichtet. Das sind zwei. Ich sehe ein Geschütz-Turm. Entschuldigung. Ein Scharfschützer. Ich sehe ein Scharfschützen. Es gibt Alarm. Scharfschützer am Tor. Also zeigt die immer Scharfschützer am Tor. Okay, wo ist der Kasten? Oh, da ist einer. Natürlich nicht gut. Ah, ne. Dann schieße ich nicht auf... Auf den Kasten. Weil wenn ich daneben schieße, ist genau dahinter ein Dude. Ah, ganz außen rum gehen will ich jetzt auch nicht. 200 Meter. Ja, krass. Der Kasten ist ja komplett auf der anderen Seite, ne. Ja, glaub schon. Ja, ich mache uns auf die andere Seite. Richtig, richtig, richtig. Seht euch das an. Eine Barvechos Platamina. Die gehört jetzt sicher auch Santa Blanca. Die haben ihre Finger überall in der bolivianischen Industrie. Die Frage ist, wer kauft bei denen? Öl von Drogenkartellen und Terrorgruppen. Mineralien. All das kommt irgendwie auf den Markt. Ja, das stimmt. Hat auf einem Schwarzmarkt dann, ne. Da kommen eh viele. Was machen die denn da? Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Okay, es ist alles gut. Was haben die da gemacht? Oh, egal. Ob sie was machen wollten. Jetzt ist es nicht zu spät. So, hier ist einer. Da sind die Scharfschützen. Scharfschützen Nummer 1. Nummer 2. Da war doch einer. Also hier sind noch ganz viele, aber die kann ich gerade nicht sehen. Ja, ich wollte eigentlich drucken drücken. Ah, jetzt kann ich nicht sehen. Ah, da bin ich hier in der Karte. Ah, jetzt kann ich nicht sehen. Bowman hat keine Informationen zu Wagners Aussehen. Wie meine Exin Spee immer sagt, im Zweifelsfall frag jemanden. Ich glaube, du hast am Satzende das Wort Arschloch vergessen. Bei meiner Ex ist das Arschloch immer inbegriffen. Dann. Dann. Gut, gut, gut. So, der erste Turm. Und hier kann man halt so viele erschießen. Jäger rasch. Ja, schön, sehr schön, sehr schön. Das war knapp. Hä? Wer sieht mich von da? Hm. Ich hab den halt bis jetzt nicht genommen, weil, ähm, den Schuss hören halt die anderen auch. Der Alarm ist deaktiviert. Das ist gut. Oh ja, und ich muss nachladen. Verstanden. Verstanden. Unterwegs. Die Arschlöcher wissen nicht, dass sie nicht mehr sind. Ihr Leutnantritt weg. Ich nehm die Penner unter Feuer. Oh, nein. Oh, nein. Oh, shoot. Gut. Aber also jetzt war ich sehr schön. Wo geht's hier raus? Oh, was geht's? Nett von dir, dass du zu uns kommst. Sag mir, wo sich Pulpos Mann Wagner auffällt, sonst schieße ich dir die Zehen ab. Warum denn so aggressiv, boy? Ich rede ja schon. Wagner wurde gekidnappt von Nidjas Jungs. Hab einen. Warte, was? Das ist jetzt auf Zeit? Oh Gott. Kann das sein, Pulpos Bursche von Nidja ausgeschaltet? Das kaufe ich ihm nicht ab. Ich schätze, Nidja hat etwas zu verlieren und glaubt, Wagner kann ihr helfen, es zu behalten. Ganz ehrlich, wo kommt der Alarm her? Ich habe alle Alarmdinger abgeknallt. Oder war der zweite nicht abgeschaltet? Eigentlich schon. Gut, aber die Befreiung werden wir erst nächstes Mal sehen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye-bye. Krieg davon xuht. Brame Benefiker. Krieg, Mazamweiss. Doch önergabel. ReaktionQue.